Es ist offiziell, Juror Pietro Lombardi verkündet sein DSDS aus und stichelt gegen Sender RTL. Die Gerüchteküche brodelte in den letzten Tagen gewaltig. Die BILD berichtete, dass Pietro Lombardi, 32, bei DSDS gegen Bushido, 46, ausgetauscht werden soll. Ein offizielles Statement gab es bisher nicht. Jetzt bricht Pietro sein Schweigen. Pietro Lombardi. Ich hätte es mir anders gewünscht. Mein Postfach ist voll. Alle fragen mich, Pietro, was ist mit DSDS? Es wird so viel geschrieben. Bushido, Pietro, Bushido. Beginnt der ehemalige Gewinner sein Statement auf Instagram. Wisst ihr, was noch viel wichtiger ist, als Pietro und Bushido? Danke zu sagen für eine tolle Reise. DSDS war für mich Familie. DSDS war nie ein Job für mich. Ich habe es mit Herzblut gemacht. Im Finale am Samstag wird der Sänger das letzte Mal am Jurypult sitzen. Natürlich bin ich dabei. Ich werde jede Sekunde davon genießen. Ich lasse meine Finalisten niemals im Stich. Ich war selber Kandidat und weiß, wie toll es ist, in einem Finale zu stehen. An diesem Tag ist Pietro scheißegal, Bushido auch. Der Fokus ist bei den Kandidaten. Lasst uns bitte die vier feiern. Einen kleinen Seitenhieb gegen Sender RTL kann sich Pietro dann aber doch nicht verkneifen. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, was mich enttäuscht hat, ist die Art und Weise, wie man in dem Moment mit mir umgegangen ist. Hätte ich mir anders gewünscht, gibt er zu. Doch im gleichen Atemzug versichert Pietro. Auch das nehme ich meiner Familie niemals übel. Es ist alles in Ordnung. Sein abschließendes Fazit. Ich bin als kleiner Karlsruher Junge zu DSDS gekommen und als dreifacher Papa von drei wundervollen Jungs verlasse ich DSDS. Bis Samstag. Schaltet ein, wenn ich das letzte Mal die Bühne betrete. Wömer, wie so? Untertitelung des ZDF, 2020